Als wir den Prusikus entwickelt haben, haben wir relativ schnell gemerkt, es gibt zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten im Outdoor-Bereich. Es gibt immer wieder die Herausforderung, Dinge zu sichern, am Rucksack, am Rosenbund, zum Beispiel die Trinkflasche, den Schlüsselbund, etc. Oder halt Dinge aufhängen, am Baum, im Zelt, den Rucksack zum Beispiel oder im Kulturbeutel. Der Vorteil gegenüber anderen Möglichkeiten, Dinge zu befestigen, ist, dass er so universell einsetzbar ist. Also es ist ein ganz schlichtes Teil, das man halt überall befestigen kann, sei es ein Ast oder sei es eine senkrechte Zeltstange oder ein Seil. Das ist halt sehr vielfältig einsetzbar, weil es halt so schlicht ist. Wir haben für den Prusikus hochwertige Materialien auch hochwertig verarbeitet, so dass man wirklich alles, was man so am Mann oder an der Frau tragen kann, auch wirklich da dranhängen kann. Auch wirklich einen richtig schweren Rucksack. Vielen Dank!